Hallo, das ist Naruto 1986. Herzlich Willkommen zu Yu-Gi-Oh! GX, Part 18. Jetzt geht es weiter, wo wir auch heute haben. Let's go! Kämpfen Nanana, das ist so eilig Ich ziehe Na klar Jetzt ziehe ich noch eine Karte, die wir nicht verdeckt Na jetzt bin ich dran Okay, los geht's Ich ziehe Diese Karte in Verteidigungsposition Dann mache ich hier Alter, Notruf Alter, Notruf Warte Okay Sparkman Du bist dran, Sparkman Weißt du was, das ist mir grad egal Okay So 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 Dann setzt die hier verbeckte aufs Feld Und 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 Endo Nach ihrem Zug kommt Alex kommt dadurch Und Dadurch haben die bloß Eine Karte bloß Aha Okay, die Punker war ja eingebüßt und die hier draußen Mal gucken was passiert wenn sie angreift Mh Mhm Tut mir leid Fallaktivieren Oh man Was mache ich dafür Ah toll Jetzt mache ich Hier grad so'n Scheiß So Die nächste Karte Warte 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 Steigen die nach die auf Ich Scheiße Da hab ich Versaut Hab ich selber versaut Habe ich das bloß gemacht Aber ich kann's Alexis rumreißen Komm schon Alexis Sie zieht. Er hat ein altes Ding wieder. Komm schon, Alexis, reiß es rum, Kleines, komm. Du weißt schon, dass die 1300 hat. Deswegen. Ich hoffe, die Katte hat einen Effekt. Ah ja. Gut gemacht, Alexis. Mein Güte, ich hoffe, dass da nicht viel passiert mir. Okay, perfekt. Das ist schon mal sehr gut. Sehr guter Zug war das. Ich ziehe. Die Karte setzt sich verdeckt aufs Feld. Sie spiele ich in die Angriffsposition. Dann aktiviere ich rechtschöpfendes Herz. Und weg damit. Die hebe ich natürlich gut auf. So. Und los geht's. Wow. Alles klar, ich beende meinen Zug. Endo. Gut abgehalten. Hast du gut gemacht, Kleines. Ich freue mich. Nein. Mhm. Oh, what? Chinso. Oh nein. Egal, Chinso kann so nur eine Karte angreifen. Ich gucke mal, was Alexis macht, wenn sie's schafft. Ich hab nur noch zwei Punkte. Ja, wir sind verloren, Alter. Wenn der nächste sich nichts einfallen lässt. Durch meine Dummheit haben wir auch so viele Punkte verloren. Und wenn nix ist, muss ich sonst nochmal mich mit jedem... Nochmal dollieren und nochmal besser machen und alles. So, zieh, Alexis. Hast du ne Idee? Ja, ob das sie bringt, weiß ich nicht. Wart mal. Wart mal, was hat die? Könnte was bringen. Oh ja. Äh, nee. Hilf doch gar nicht. Hilf doch gar nicht, Alexis. Das hilft nicht. Das hilft nicht. Tut mir leid. Ah ja. Du drehst meine verdeckte Karte um. Prima. Das hast du gut gemacht. Da haben wir schon mal zwei Züge Zeit. Gut gemacht, Alexis. Selbst selbst noch eine Karte verdeckt. Perfekt. Ach so, haben wir wenigstens... Äh, das heißt, sie kann auch keine Fallen aktivieren. Das ist ein guter Ding für uns. Das blöd ist, sie kann auch nichts machen. Sie kann auch nicht angreifen. Weil es zwei Züge geht. So. Oh, da bin ich jetzt dran. Komm schon. Ich zieh. Setz diese Karte in die Verteidigungsposition und... Ich weiß, es geht nicht bei jedem, ist das so. Und... Ich bleibe nochmal zu Ta-Endo. Ich lasse dann noch meine Partnerin wieder dran. Boah. Ich kann mich auf den Weg halten. Oh Mann. Puh. Puh. Aha. Kein Problem, nimm die ruhig. Ist mir egal. Diese schwache Karte kannst du... Kannst du gut und gern haben. Ruhig dran, Alexis. Komm. Hau rein, Alter. Oh, ich halte. Sorry. Hau rein, Mädel. Oh Mann. Genau. Ab Verteidigung. Hä, wie? Was bringt das was? Bringt das was? Was bringt das? Was bringt das? 2300 Punkte? Das bringt uns nix. Das bringt uns nix. Gegen Jinso bringt es uns nix. Gegen die okay, aber... Gott sei Dank hast du noch eine Karte ins Spiel gebracht, so. Hä? Wie geht das? Gott sei Dank, ey. Oh Mann. Wir verlieren Mut durch meine Blödheit. Das ist ja das Blöde daran. Okay. Oh nein. Oh nein. Das war sehr schlecht gerade. Oh nein. Jinso schon wieder. Aber das ist... Ich weiß nicht, wann er... Ob sie Jinso nochmal zieht. Ach, scheiße. Manchmal Punkte. Und sie hat ihre Falle wahrscheinlich aktiviert. Und zieht ihr nochmal 700 ab. Weil das bringt uns gar nix. Solange wenn die dreckige Karte... Hä? What? Cool. Alexis, das war ein guter Zug, ey. Perfekter Zug, Alexis. Ich weiß nicht, was sie getan hat, aber der Zug war super. Der war brillant. Ich zieh. Alexis, wir gucken, was ihr hier draus macht. Ta, Endo. Oh nein. Nein. Okay, um die Karte ist jetzt nicht schade drum. Jetzt kommt Alexis dran. Sie sollt gucken. Zeig, was du kannst, Alexis. Alexis zieht und... Toll. Ey, wieso gehst du in den Angriffsmodus? Das bringt uns doch gar nix, wenn du in den Angriffsmodus gehst. Wir haben die Lichtschwerter auf dem Feld. Wir haben verloren durch diesen Zug. Das sind jetzt nicht die Lichtschwerter. Wir haben die Lichtschwerter. Ich weiß nicht, wie ich in den Angriffsmodus wieder kapiert habe. Und die sind die Lichtschwerter. Ah, toll. 2400. 2400. Toll. Wir haben verloren Außer, wenn es den Effekt hat die Karte Und ich kann was anfangen mit dem Effekt Wow Nicht schlecht Die Karten sind nicht schlecht Die Karten sind schon mal nicht schlecht Das ist ja gut Oh man Mist Okay Wir dürfen jetzt schon nicht noch mal Wenn ich die habe, muss ich sie drin behalten Ich darf sie nicht aktivieren Ich habe das zuvor, ich aktiviere die Karte Ich mache das Duell noch einmal Weil wir Ja, keine Sorge, du hast gut gekämpft Du hast dich gut duelliert, Alexis Durch meine Blödheit haben wir verloren Wir haben nur durch meine Blödheit verloren Durch meine Blödheit Weil Ich leider Gottes Die Karte von ihr erhöht habe Um dann Punkte abzuziehen Wir müssen das Duell noch mal machen Aber diesmal werde ich nicht mehr so blöd sein Okay Okay Gleiche Duell noch einmal Los geht's Jetzt müssen wir hoffentlich besser Jetzt müssen wir bessere Karten ziehen Und alles Oh man, die liegt schon aber nicht Gemein So Okay Okay, dann sollen die ihren Zug machen Die dürfen es sowieso nicht angreifen Das ist gut Dann dürfen Die dürfen es sowieso nicht angreifen Die zwei So Schön, dass wir die Weiber aussehen Mit ihren Röcken Und auch noch mit ihren Oberweiten Also oben an ihren Mandarinen Oder Orangenen Oder Melonen Okay Oh ja Ich habe eine gute Karte gezogen Bis jetzt Bei mir sieht es schon mal gut aus Aber sie darfst du doch so nichts machen Die darfst du doch so nicht angreifen Ich habe gute Karten gezogen bis jetzt Wenn wir den Wir müssen bloß den Flügelmann aufs Feld kriegen Wir müssen bloß den Elemental Flügelmann aufs Feld kriegen Dann passt's Und ihre Karte wegschrotten Ihre Karte wegschrotten Und den Flügelmann aufs Feld rufen Wow Die darf ich zweimal fusionen Geil Welches spielst du, Alexis? Oh ja Hammer die Und ich ihre Spezialkarten Als erstes Aktivität Zauberkarte Okay Perfekt Umgehen Okay Vielleicht greifst du gleich mit an Ich weiß nicht Ah ja klar Ich greife gleich an Hoffentlich sind es keine Fallen Gut gemacht, Alexis Oh was ist das? Oh was für ein Mandarinen die hat Oh ja Perfekt Dann wird die Karte schon mal weg Und was spielst du? Oh sie spielt eine Fusion Perfekt Kleine spielt eine Fusion Bist du bereit? Wir sind bereit Spiel So Okay Oh nein Damit ruft sie Da muss die 800 Punkte dafür bezahlen Und jetzt sind noch 7000 danach Kann sich da das Monster mit zurückholen Oh nein Kann sich dieses dreckige Monster zurückholen Dann kannst du hier selbst auch noch eins spielen Das ist so dreckig ey Das ist so dreckig gerade Was sie hier macht Ja nein Sie opfert es wahrscheinlich Ja war mir ja klar Dass sie das opfert Nein Alles gut Alexis Kein Problem Das war erstmal der erste Zug Ich bin da noch dran Wir müssen unbedingt die Karte los Wir müssen unbedingt Jinso loswerken Mein Zug Ich ziehe Ich spiel die Karte Ich spiel diese Karte Ta endo Wow Es waren zwei Fallenkarten Die hat sich gleich drunter geschmissen Nur um diese zu rufen Zwei Fallenkarten Weckgeschmissen Perfekt Egal Alexis hat trotzdem noch eine Fusion Drei Karten Oh nein Okay Ein Schuss geht am Neen Er ist jetzt sowieso keine Fallenkarten Wir können durch Jinso Genau wie ich Puh Der hat uns schon mal gerettet Gerade für diesen Einzug Dafür hat es nur noch Einzug übrig Was das Okay So Alexis Mach das Beste draus jetzt Komm Komm schon Mach das Beste draus jetzt Diese Karte in Verteidigungsposition Okay Diese Karte verdeckt Okay Er hat jetzt gleich spielen können Für da unten Aber egal Und Okay Sie bernet ihren Zug Ah ne Geht ja Gott sei Dank Noch mal die Dinge auf dem Feld Ähm Ja Sie hat ja Äh Oh nein Nicht schwerer Sturm Fuck Ah okay Damit hat sie auch Ihre eigene Karte zerstört Okay Die lassen uns echt blöd aus Sehen die zwei Okay Dreck Alter Das verlieren wir wieder Wir können da nicht gewinnen Weil die als Partner Nicht gut sind Egal Warte Ich hoffe dass das was bringt Ich hoffe dass das echt Ernsthaft was bringt Bubble Man in den Angriffsposition Yes Das bringt was Jetzt rüste ich den Bubble Man damit aus So Okay Ich hab gedacht Das bringt was Aber leider nicht So Scheiße Ich hab gedacht Ich hab gedacht Du kannst den Bubble Strahler damit einsetzen Na ist das egal War ein Fehler von mir Dadurch egal Wir müssen uns andere Duell Partner raussuchen Gleich Das bringt nichts Nein ich meine Fusion Verdammt Ausatmen Das bringt nichts Die 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 Dreh Die 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 Alles gut, Alexis. Kein Problem. Du hast gut gespielt. So. Komm schon. Junge, jetzt lad doch mal schneller hier, bitte. Okay, jetzt haben wir schon. Nein! Ich hoffe, die hat ein Teamkollegin, weil nicht, dass wir hier... Okay. Okay. Oh yeah, uns hat es getroffen. Perfekt, als erstes. Perfektuell, okay. Ach, gegen Marki, oh ja, mal gucken. Wieder mal gegen Mädels, perfekt. Mal gucken, wie gut, dass die sind. Los geht's, Alexis. Was geht's noch, wenn wir heute zusammen... Sammeln, wenn du's hast. Wenn wir gewinnen, okay. Hm. Oh ja, topf der Gehr. Perfekte Karte. Ich hoffe, die zieht gute Karten jetzt. Oh yeah. Ey, das ist so gut. Ich soll die gleich ausrüsten, wenn sie... Genau, die soll sie aber dann gleich ausrüsten, wenn sie's hat. Die soll gleich die beiden Ausrüstungskarten spielen. Okay. Einmal. Oder soll... Ne, oder soll sie lieber aufheben, besser. So, dann bin ich jetzt hier ein paar, das sind die nächsten paar Bilder. Bis gleich. Abonnieren und liken nicht vergessen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Und bitte meine Videos auf meinem Kanal weiter angucken.